Hallöle zum neuen Part. Wir sind Tiny Kong und wir sind auf dem Weg zu einem... Ja... Endgegner kann man jetzt nicht sagen. Obwohl, naja, man kann's doch zum Teil Endgegner. Nehme ich hier rein. Ein Spinnennetz? Ah, eine Spinne. Die denkt, dass wir fressen sind. So, können wir uns... Können wir nicht. Wow! Oha! Können wir uns überhaupt bewegen? Meine Fressen. Also entweder, dass wir jetzt... Ah, okay. Ich weiß nicht, was das Verzeuge ist. Wir haben verloren. Weil ich echt gerade verwirrt war. Wir können auch als Großer rein. Das ist super. Normalerweise ist das eine ganz, ganz simple Aufgabe. Wir müssen einfach auf dieses Spinnennetz rauf. Die Spinne denkt, naja, okay, dieses gefundene Fressen ist... Hol' ich mir mal. So, und die pennt wieder sofort ein. Und wir müssen diese kleinen Dinger da besiegen. Die sind nicht schwer eigentlich. Ah, es gibt... Okay, es gibt auch Zauber. Wir uns ja, okay. Ja. Oh, Mann. Es gibt Zauber. Also, die Spinne zaubert. Wenn ich ehrlich bin, ich wurde noch nie von dieser Spinne getroffen. Das ist jetzt das erste Mal. Echt merkwürdig. Ah, okay. Ja. Damit können wir sie jetzt eigentlich attackieren. Aber sie will nicht. Das ist echt, das ist echt scheiße. Mich riecht das auf gerade. Nächster Zauber. Komm. Komm. Und du denn? Dann. Du denn? Du denn? Ja. Ich ahble처. oh mann so munition da es sind mal in den ecken munition echt nur da das war keine gute idee nein das noch mehr jemba 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 das ist eine sehr einfache aufgabe und ich bin wieder schwer gut dann gucken wir erstmal nach munition weil wir haben nicht mehr viel ja wir haben sehr wenig ob wir das überhaupt schaffen naja gucken wir mal so ich möchte diesen kram jetzt auch nicht mehr sehen also die spinnen können auch von ihnen getroffen werden ihr es ihm es ihr ihr sie das ist nicht mehr die Hallo? 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 So, dann zersingen wir so. Noch mehr. Neun an Munition. Hä? Sind die ja alle runtergefallen? Na, laufen wir rum, wir laufen rum, wir schwecken die ganze Part an, bevor ich spinne. Äh... So, jetzt komm. Wahnsinn. So, jetzt müssen wir diese Spinne auch besiegen. Wahnsinn, wie groß sie geworden ist. So. Hasta la vista, Spinne. Oh, Mann. Echt so viele Wahnsinn, ja, Marsch. Oh, je. Oh, je. Oh, je. Und raus. Warte mal. Gab's da nicht noch was drin? Ich glaub, hier gab's noch irgendwas. Nein, wir können das nicht... Wir können das sogar dreimal machen. Zweimal, äh, zweimal ist ja schon dreimal. Tut mir leid, ich hab aber keine Lust zu diesem Kram. Aber interessant, dass er das auch mehrmals machen kann. Ich hab auch nicht gewusst. Ich hab mal die goldene Banane, das reicht. Das reicht mir zumindest. Also... Joa. Joa. So. Für mich hat dieses Kapitel ein Ende. Ein nahes Ende. Oh, du... So, drei und weiter. So, was können wir noch machen? Wir haben noch einige Möglichkeiten. Ja. Die wären auch simpel wie einfach. Bloß, ja. Wir kommen durch dieses eine Tor irgendwie gerade nicht. Das müssen wir... Ich glaube, das müssten wir... Oder müssten wir das nicht? Nee, oder? Doch. Ich weiß nicht, wie wir das Tor gerade aufmachen. Das letzte, was übrig bleibt. Äh, das müssten wir jetzt auch mal aufbekommen. So. Ja, will ich nur noch mal öfter sagen, das Let's Play, was sich in die Länge zieht. Das ist unseres hier. Und... Machen wir lange was von. Und... Erst recht ich. Machen wir lange was von. So, diesen hier. Und ich glaube, ich weiß wieder, wie es ging. Wir müssen auf diesen Pilz rauf. Und dort oben ist ein Schalter. So war das. So war das. Späte Erkenntnis kommt gut. Oft manchmal zu spät. Aber manchmal gut genug. Das heißt, wir müssen... Ja. Doch mit Lenky nochmal weiterspielen. Nani nu. Und hoch, 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 und hoch. Oh, Mann. Ich weiß, dass Lenky... Dass du auch keine Lust hast darauf, dass das... Alles so lange braucht. Erst recht, weil... Weil ich mir jetzt erst vor kurzem... Nochmal die alten Folgen angeguckt habe, weil ich ja... Mal, wenn er noch Lust hatte, auf die alten Folgen zuzugucken, so... Wow. Ja, gehen wir den Weg doch mit Lenky jetzt erst mal. Äh, die alten Folgen zu gucken, und da habe ich immer auch manchmal gedacht... Äh, hallo, da lang musst du, da lang musst du, da lang, da lang, ja, da lang, da lang. Warum gehe ich nicht da lang? Na, warum gehe ich denn nicht da lang? Hallo, da lang geht es. Hör doch mal auf mich. Das wird mir bestimmt auch so sein, wenn ich... Äh, hier fertig bin. Wenn ich auch sage, warum gehst du nicht da lang? Oder irgendjemand anders. Ich weiß ja nicht, wer sich das anguckt. Naja. Wir machen weiter mit Diddy Kong. Und das im nächsten Part. Also, bis dann. Tschüss.